1, 2, 1, 2! Los geht's! guten morgen sonntag heute schon wieder marathon tag heute ist köln marathon ich werde nicht mit laufen aber ein arbeitskollege läuft heute mit und ich bin dabei um ihn zu unterstützen dann gehen wir nach köln und unterstützt man den kollegen heute für den köln marathon so Musik Sonnabend Viel Spaß Musik 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 Seid ihr bereit für eure Strecke? 2023, wir freuen uns auf die Marathonstrecke für unser Elinefeld. Wir freuen uns auf den fünften Generali-Staffelmarathon und den Rhein Energie-Schulmarathon. Wir haben natürlich auch viele internationale Gäste, die wir auch sehr gerne begrüßen möchten. Oh, Köln-Marathon beginnt jetzt. Geht's los. Wie Spaß an alle Teilnehmer? Dann kommt jetzt gleich euer Countdown des 25. Generali-Köln-Marathon. 2023, 12, 23, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Go! Los geht es! Ab auf die Strecke! Musik Kollegen ein bisschen mit dem Fahrrad hinterher, um ihn zu unterstützen. Sehr schöne Atmosphäre in Köln, wirklich sehr schön, wie immer. Sehr gutes Wetter, Sonnenschein ein bisschen. Nicht so warm erstmal. Schauen wir mal, wie es am Tag läuft. Jetzt weiter. Mach langsamer, du bist zu schnell. Langsamer, du bist zu schnell. Sehr gut, aber langsamer. Das ist zu schnell. Sehr gut, Sonnenschein. Sehr gut. Nicht vergessen zu trinken und etwas langsamer laufen. Es wird zu heiß heute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut, sehr gut. Bei der 3-3-Fielder-Gruppe, wenn er sich dran hält und bei denen bleibt, dann ist das super. Ein bisschen zu schnell am Anfang. Aber hofft, ich bleibe hier dran. Ich bleibe hier dran, ich bleibe hier dran, ich bleibe hier dran. Sehr gut. Sehr gut. der junge glückwunsch sehr gut sehr gut geschafft glückwunsch war hart da ist der junge medaille geholt sehr gute zeit gratulation sehr gut wunderbar sehr gut kein problem sehr wichtig ne super schöne kulisse hier am dom und dann geht es ja weiter